Hey, die Geschichte mit dem Gericht. Ich war das nicht, okay? Schwere Körperverletzung, Freddy. Liest du keine Zeitung? Du hast es sogar zugegeben. Du bist doch der Typ aus der Zeitung, oder? Der von seinen Alten beschissen worden ist und sie dann vermöbelte. Ich will, dass es unter uns bleibt. Ja, klar. Wir sind die neuen Nachbarn, wollten uns nur kurz vorstellen. Hey. Wer ist denn das? Das ist meine Frau. Deine Frau? Wir haben auch einen Sohn, der Simon. Der ist aber meistens bei ihr im Moment. Warum denn? Das ist eigentlich schlimmer für dich. Dass sie dich verlassen hat oder dass ich sie ficke? Ich wollte gerade ein Eis essen gehen. Hast du Lust mitzukommen? Warum tut er das? Wo ist Eddie jetzt? Bei Ihnen zu Hause? Liegt er in Ihrem Bett? Oder ist er ganz einfach nur tief in Ihnen drin? Nein! Weißt du was? Es ist mir scheißegal, wer du gerade bist. Ich will einfach nur, dass alle deine Ichs von meinem Haus verschwinden, ja? Nein! Sehr süß dich. Mitzi, Mitzi! Mitzi!